Ist die Semester von uns okay? Heute nur Stammgäste. Fick dich! Kannst du mir was leihen? Nee, ich hab nichts. Hier in Deutschland gibt's Regeln. Wenn du vorhast zu bleiben, dann würde ich die anderen Stelle möglichst schnell lernen. Hey. Tanz mit mir, fremdes Mädchen. Oh, klein! Wir wollten doch feiern. Lass uns einfach woanders hingehen. Was willst du denn feiern, Gülen? Dass wir scheiß Opfer sind? Willst du das feiern?